Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier aus der zentralen USA. Jo, wir sind jetzt so weitestgehend breit, haben ja die Truppen jetzt hier noch vorgezogen, die sind jetzt noch ganz knapp zwei Stunden unterwegs und dann wird es gegen Polen in den Krieg gehen. Wir müssen hier hinten natürlich so ein bisschen den Finn noch im Auge behalten. Ja, ich würde natürlich erst gern Polen loswerden wollen, aus der einfachen Begründung heraus, der stört da nicht mehr. Das wäre natürlich sehr angenehm, wenn dem so wäre und das macht uns die ganze Geschichte natürlich um einiges leichter. Dann haben wir hier ja auch noch den Krieg gegen Nordrussland von Seiten des Deutschen Reiches. Das sieht für das Deutsche Reich eigentlich recht gut aus. Der hat da mittlerweile viel gemacht, viel erreicht, kann sich jetzt sogar darauf konzentrieren, hier hinten das letzte kleine Stückchen von Österreich zu holen. Finnland hat jetzt die Hauptinsel von Großbritannien komplett erobert, ist hier hinten noch in Arabien beschäftigt. Und ich denke mal, er wird so langsam wissen, dass wir da sind, er sollte ja unser Schiffchen sehen. Und dann wird er sich so langsam aber sicher darauf vorbereiten, in die Abwehrphase zu gehen. Also wie gesagt, ich denke schon, dass er das auf jeden Fall erahnt, was hier los ist. So, und dann hat hier oben Südkanada seinen Krieg gegen Nordkanada endlich beendet. Hat hier auch lang genug gedauert. Jetzt bin ich aber gespannt, ob er hier wirklich langsam aber sicher sich aufmacht Richtung Finnland oder nicht. Also zumindest hier hinten im Kernland sind keine Truppenbewegungen zu sehen. Von daher ist das dann auch wieder fraglich, ob er da was macht oder ob er da nichts macht. Müssen wir abwarten. So, wir haben jetzt Unmengen Material übrig, bloß kein Öl. Öl gibt es aber auch nicht wirklich zu kaufen. Na doch, jetzt gibt es wieder einen kleinen Schwung. Dann gleich wieder einsacken. Sehr gut. So, dann können wir da nämlich nochmal schauen. Unser Schiff ist nämlich hier bald fertig. Das braucht noch knapp zweieinhalb Stunden. Ich würde da gerne nochmal eins mit dazu bauen, um da ja die Feuerkraft zu haben. Nebenbei sind natürlich auch nochmal Panzer und ein paar Geschützer im Ausbau. Und wir werden dann nachher auch noch einen Großteil Richtung Häfen investieren. Marrakesch zum Beispiel ist bald fertig mit dem Bahnhof. Das heißt, da können wir anfangen, eine Fabrik reinzusetzen. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Von daher würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Zeitung. Sokratopen ist gefallen, gerade eben, mehr oder weniger. Südkanada 1000, Nordkanada 67. Dann haben wir den Krieg Österreichs 157 gegen Deutsches Reich 26. Dann haben wir Krieg Nordrussland-Deutsches Reich. Nordrussland 454, Deutsches Reich 197. Der ist damit jetzt ganz schön runtergebombt. Also der muss da, ja, gucken, wie er klarkommt. Dann haben wir noch Finnland gegen Großbritannien. Finnland 14, Großbritannien 149. Dann haben wir Polen gegen Rumänien. Rumänien 5, Polen 5. Die hatten zwischendrin einen Frieden. Deswegen sind die Zahlen so klein. Dann haben wir noch Finnland gegen Arabien. Finnland 160 und Arabien 370. Da könnte Finnland ruhig mehr verlieren. Also der muss hier irgendwo noch Unmengen an Truppen rumoxidieren haben. Wir haben ja, glaube ich, heute die stärksten Armeen der Welt. Jawohl, zentrale USA 20, Finnland 10 Prozent. Der hat ja nur halb so viele Truppen wie wir. Können wir gar nicht vorstellen. Aber okay. Nordrussland hat noch 2 Prozent der Truppen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Könnte man ja doch fast bei einer direkt Finnland angreifen und nicht Polen. Aber ich will den aus meinem Rücken raus haben. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Wenn wir jetzt hier hinten, zack, direkt nach Finnland gehen würden, wäre mir die Gefahr zu groß, dass Polen uns da in den Rücken fällt. Von daher, wenn wir direkt Polen angreifen, das passt dann schon. Ja, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Ein paar Stündchen sind vergangen und wir sind hier wieder in der zentralen USA. Ja, der Krieg gegen Polen hat begonnen. Wir haben jetzt die ersten Einheiten weggebombt. Das war jetzt noch nicht so viel. Wir hatten ja doch ein bisschen Wandertag. Wir haben Lodge erobert. Da war nicht weiter was drin. Wir ziehen jetzt hier die Truppen ein Stückchen Richtung Kielce, was einfach nur zur Begründung dient. Hier den Wandertag von Polen ein bisschen unterbrechen, die Einheiten da ein bisschen wegfangen. Das passt schon. So, dann sind wir ja noch nebenbei dabei, Geschütze auszubauen und Provinzen auszubauen etc. PP haben ja auch noch ein paar Truppen in der Rückhand, die wir hier mit eingelagert haben. Südkanada bezieht momentan hier zwischen Island und Grönland-Position. Und gucken, wo der hin möchte nachher im Einzelnen. Hier mit seinen Geschützen. Bleibt hier auch wieder stehen. Parkt hier mehr oder weniger. Hat auf dem Festland selber auch noch keine Bewegung, woraus man schließen könnte, was er denn mal so vorhat oder was er machen möchte. Das Deutsche Reich hat jetzt hier hinten große Teile von Nordrussland hier erobert. Bekämpft das letzte Stückchen dort in Österreich. Und steht dann da eigentlich auch recht gut da. Wie gesagt, wir können dann jetzt Polen ein bisschen nerven. Drehen wir auch noch schnell das Glücksrad. Drehen wir auch noch mal kurz in die Zeitung blicken. Also hier ist die Werkstatt, die hier angegriffen wurde in Lemberg. Das ist das letzte österreichische Gebiet. Wir sehen hier, wir haben hier gerade mal 4000 Truppen bisher vernichtet. Aber wie gesagt, ohne Großinhalt kann man da auch nichts zerstören. Dann haben wir hier den Krieg zwischen Finnland und Arabien. Finnland hat noch mal ein bisschen was verloren. Ist jetzt bei 170.000 zu 394.000. Dann Nordrussland 456.000. Deutsches Reich 198.000. Und der Krieg, Deutsches Reich gegen Österreich-Ungarn. Österreich mit 158.000. Und Deutsches Reich mit 26.000. Bob, da ist wieder irgendwas passiert. Aha, Damaskus baut ein Eisbar. Schön. So, wo waren wir? Da waren wir. Jo, und dann haben wir hier noch den Rest Finnland und Großbritannien. Sind aber schon Nachrichten von heute Morgen. Also von daher nicht ganz so interessant. Und das ist im Prinzip das, was jetzt passiert ist. Und wir versuchen jetzt einfach nur hier Polen ein bisschen zu ärgern. Vor allem hier unten diesen lustigen Wandertag so ein bisschen aufzuhalten. Ja, muss man jetzt wirklich mal ein bisschen den Blick drauf werfen und da aufpassen. Damit man die auch entsprechend erwischt und da auch ein paar gute Verluste dann zustande kommen. Insbesondere nachher hier bei dem Trupp, wenn der hier unterwegs ist. Da wird es nochmal sehr interessant, dass wir da dann nach Möglichkeit vielleicht die Geschütze kaputt kriegen. Und zumindest ein paar Infanterieeinheiten runterschießen können. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Und gucken mal, was davon funktioniert hat und was nicht. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye. Tschüss und Bye Bye.